Hallo Leute, es gibt heute am Samstag, den 27.08. wieder einen Stream. Und zwar werde ich streamen, ab 16 Uhr geht es schon los. Ich fange ein bisschen an mit Rocket League, da wird wahrscheinlich dann Aro auch mit dabei sein. Dann wechseln wir irgendwann mal zu Ark und bauen dann endlich mal wirklich das Baumhaus. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, dass wir nicht so viel farmen müssen, sondern dass man direkt bauen kann. Dann habe ich so ein paar Tipps eventuell für die Leute, die es noch nicht wissen. Wobei sich das natürlich auf eine Mod bezieht von Plattforms Plus. Aber okay, ich habe jetzt hier gerade schon Kaffee, um mich ein bisschen vorzubereiten. Heute Abend steht schon Energietrink bereit und so weiter und so fort. Das könnte also relativ lang gehen. Ich hoffe mal, dass ich nicht müde werde so schnell. Und ja, wann? Wie gesagt, ab 16 Uhr geht es los. Wo natürlich auf twitch.tv-garuda-lp. Vorher gibt es noch eine Ankündigung auf twitter.com-garuda-lp. Wie gesagt, Rocket League, dann kommt abends dann vielleicht Dead by Daylight oder mal gucken. Vielleicht auch noch was anderes, wissen wir noch nicht. Und die nächsten Ankündigungen werden wahrscheinlich auch ein bisschen anders sein. Denn wir wollen eine allgemeine Ankündigung machen. Weil diese Ankündigung für heute ist ja schon relativ kurzfristig. Wie gesagt, das ist ab 16 Uhr. Jetzt ist, wenn es rauskommt, dürfte ungefähr 13.30 Uhr sein, denke ich mal. Ja, weil das ein spontaner Stream ist. Und einfach für die anderen spontanen Streame, wir haben ja schon einen oder anderen gehabt, wollen wir eine Ankündigung machen, die etwas neutraler ist. Wo dann halt auf den Titel und auf die Beschreibung hingewiesen wird. Und da schreiben wir dann rein, was es wirklich gibt. Oder was wir spielen. Wer spielt. Und ab wann es anfängt, an welchem Tag und so weiter und so fort. Wobei das dann meistens wahrscheinlich am gleichen Tag ist. Weil, wie gesagt, das sind Dinger, die kann man dann eine Stunde vorher raushauen. Oder sogar, wenn man sagt, okay, jetzt will ich mal streamen. Mach einfach den Stream an. Spielt ein bisschen. Und dann kann jeder zugucken, wer will. Ist ja meistens trotzdem ganz lustig, weil allein der Chat einfach so geil ist. Deswegen kommen immer wieder lustige Situationen zustande. Von daher, ja, wollte ich nochmal kurz noch erwähnen. Wie gesagt, nochmal eine Zusammenfassung. Heute, 16 Uhr, Rocket League, Ark, Dead by Daylight. Mal gucken, was noch so dabei ist. Aber das wäre jetzt so ein Plan. Ich hoffe, es sind viele dabei. Und, dass wir wieder Spaß haben. Sage, bis dahin. Ciao.